So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Es ist schon relativ spät, 2.45 Uhr. Ich bin gerade durch mit meinen Runden und habe gerade eben das Ladderwort erklummen. Ich bin hier auf Rang 9 momentan. Morgen geht's weiter. Ich will mal gucken, wo ich dieses Season hinkomme, wenn ich dieses Season versuche, ganz serious runterzuspielen. Ich bin hier leider eben gerade auf ein Team gestoßen, was geteamt hat. War echt beschissen, aber ich konnte den in der Spiel noch schön versauen, auch wenn ich keine Chance mehr hatte. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, die Tage. Man wird es sehen. Team Rang, EU-Solo, Top 9. Ist schon mal ganz gut für den Anfang. Aber es geht bestimmt noch besser. Hier die ersten beiden haben leider wieder an. Das ist echt schade. Aber wenn man mal in die anderen Ladderboards sieht, da sieht es im Gegensatz zu EU noch ein bisschen schlimmer aus. Auf NA, da haben wir hier nur solche Typen. Schade eigentlich. Na gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht und bis morgen. Haut rein. Tschüss. Schade. So humans hast eобыčen. So. Ich bin froh.